ja willkommen zurück ihr lieben zu einer weiteren folge hier in evancast ja wir sind hier stehen geblieben in diesem raum wir gucken mal wo es heute weiter geht wahrscheinlich hier und den raum kriegen wir auch nur mit dem hebel auf gucken wir mal da kommt schon wieder was da kommt schon wieder was schön getroffen und gleich am besten noch ein hinterher bitte der muss noch treffen schön das läuft diesmal viel viel besser hier ein bisschen immerhin ein bisschen besser besser als gar nicht okay der eine hat es durch schon aufgegeben der so war auch nicht so stark da muss ich noch ein bisschen aufpassen und der kommt direkt reingelaufen das ist schön so habe ich das gern und noch einmal also ein zweimal noch würde ich sagen ein zweimal müssen wir noch treffen ja einmal okay gut was der hier noch gelootet hat ist jetzt nicht so gerade das goldene vom ei wie immer hier waren wir schon ach das ist ja einmal so eine runde rumgelaufen jetzt irgendwie und wir kommen am anfang wieder quasi raus so ungefähr aber da war doch schon der weg versperrt sehe ich war teils der weg versperrt nein schade zwei tränke rein und man schon mal beide beseitigt 1353 gold sehr großzügig auf jeden fall okay salz mische welle wird ihm wahrscheinlich nichts abziehen da kommt der dicke fleischklops irgendwas habe ich getroffen schon mal gut schön zwei gute treffer hintereinander und wunderbar na kommt er enttäuscht mich doch nicht nur hier wieder zurücklaufen bisschen dass ich mehr rollen machen kann umso mehr rollen ich machen kann umso besser läuft das mit dem angriff wieder zwei rollen und knapp aber immerhin das war jetzt nicht so gut nehmen wir noch mal ein halt maler trank okay das wärs für ihn hat das nicht lange ausgehalten mit mir 37 gold ok da ist noch eine kleine kiste was haben wir hier schönes ok nehmen wir mit bringt bestimmt gutes gold haben wir nichts mehr dann muss es ja anscheinend hier irgendwo weiter gehen oder auch nicht ich habe was gehört ja das war ein treffer die ziehen noch ein bisschen was ab hier aufpassen böser psion weiß nicht was da noch kommt ich sehe leider nichts ich spamm hier einfach mal rein in die bude und daneben ja schön so kann man es machen wunderbar ein stab mit eisschaden und so weiter und so fort leider nicht gut genug für mein niveau ähm nur jetzt sind wir quasi auf der anderen seite quasi auf der anderen seite und der schattenreißer ui das wird ja wunderbar hätte ich jetzt nicht gedacht dass ich den treffe hätte ich jetzt gar nicht gedacht und was ich gleich nochmal machen muss wenn ich den guten hier umgebracht habe genau dann werde ich auch erstmal wieder ein paar Heiltränke kaufen und so weiter die gehen langsam aus habe ich das Gefühl es ist nicht mehr viel und werden wir mal schauen die ist leider zurzeit sehr beschäftigt würde gerne handeln würde gerne handeln um aber alles verkaufen was wir hier so haben brauchen wir alles nicht hier gut 10.000 schon also gibt richtig schön kohle hier das 1a ist das und dann werde ich nochmal ordentlich großzügig Heiltränke kaufen die machen 120 wie viel hatten die jetzt dazu gemacht 180 da kaufen wir die 180er wieder würde ich sagen okay den nehmen wir auch noch mit die waren ja bisher jetzt ganz okay muss ich sagen von der Heilung her vielleicht wird es noch besser 200 100 habe ich glaube ich die hier genommen und einmal die einmal kaufen schöner immer noch genug Geld noch mal die verstärkten Heiltränke die anderen Heiltränke was zum Teufel ist das hier so kann man irgendwas mit anfangen oder eher nicht ich glaube eher nicht eine neue Waffe wäre doch mal nicht schlecht so mit noch mehr Schaden 104 Schaden 104 Schaden was macht meine das nimmt sich nicht viel schade eigentlich ich hätte jetzt mehr erwartet schade schade nur gut gehen wir mal gucken wir mal weiter okay hier ist wieder so ein grüner Brunnen sieht nicht so schön aus finde ich habe ich das Gefühl ich mag sie ja so gerne Fleischklöße mache ich wirklich gerne aber nicht diese Schattenreißer okay dann müssen wir mal ein bisschen mit dem spielen hier ausweichen ausweichen und schussbereit hier ist auch ein bisschen auf engen Raum jetzt muss ich ganz ehrlich sagen das ist noch ein bisschen blöder knapp knapp sehr sehr knapp das ganze hier was macht der da hinten macht der da jetzt ein bisschen rum oder was macht der irgendwie kommt er nicht mal auf der Ecke raus sehr sehr interessant da haben wir mal einen Haltrang und dann hauen wir noch mal einen drauf hm leider daneben war jetzt nicht noch vorbereitet oh bitte komm schön wunderbar und jetzt dann mach halt nichts 1500 1500 gold hier das war zu spät wenn er jetzt hochkommt ist er aber endlich tot so wir haben wieder links rechts hier die Möglichkeit da geht es noch ein Raum da auch hier rein oh mein Gott hier ist ja ordentlich was los wenn wir hier erstmal aufräumen was du wurdest besiegt was hat mich hier getötet ich habe es leider nicht mitbekommen okay wir müssen den Speicherstand leider laden ei 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 mhm wo bin ich hier gar nicht allzu weit weg in dem Raum ja gut dann würde ich sagen geht es hier dann beim nächsten Mal wieder weiter hat jetzt nicht ganz geklappt schade eigentlich aber es ist ja jetzt auch nicht viel verloren gegangen würde ich sagen das holen wir locker wieder nach würde ich auf jeden Fall sagen dann würde ich sagen das wäre es erst einmal wieder und macht es erst einmal wieder gut und schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein das ist ja jetzt auch immer noch ein